Ja, Farrell, ich verstehe. Warum hast du mich nicht früher angerufen? Michael Knight lebt. Marco, draußen steht das Auto. Lass uns verschwinden. Niemand kann uns aufhalten. Auch nicht dieser Knight. Der Wagen muss erst noch einen Auftrag ausführen. Marco, ich verstehe dich nicht. Nein, 2000. Hier, Kommandozentrale. Ich höre, Kommandozentrale. Dein Kurs ist vorprogrammiert. Dein Ziel ist das Convention Center. Nein, da sind hunderte von Menschen, Marco. Die kannst du doch nicht umbringen. Die will ich auch nicht umbringen, sondern die Foundation. Fahrzeug der Foundation im Convention Center außer Kontrolle. Dutzende getötet. Den Motor aktivieren. Angriff starten. Jawohl. Geschätzte Ankunftszeit 16.55 Uhr. Das Convention Center? Bist du sicher? Ganz sicher. Das Modell deckt sich mit den Angaben, die ich von der Baubehörde habe. Devin ist da drin. Kit wird das Hauptgebäude in die Luft jagen. Aber das wird er nie tun. Kit ist programmiert, Leben zu schützen. Also wird er nicht tausende umbringen. Bonny, wenn Barrio Kit drauf programmieren kann, mich anzugreifen, kann er ihn auch programmieren, alles andere anzugreifen. Versuchen wir, Kit irgendwie zu finden. Da ist ein Wagen. Das könnte Kit sein. Geh nach ran, Bonny. Das ist ihr Mann. Er ist drei Meilen entfernt und fährt auf uns zu. Entweder er kommt nach Hause oder er spielt verrückt. Mach eine Zielanalyse. Das dauert eine Weile, Michael. Was ist denn, wir zu viel Zeit verlieren? Irgendetwas müssen wir doch tun können. Ich weiß, was wir tun könnten. Kit zuerst vernichten. Die. Und der. Und, ich weiß. Und? Das gibt es. Und, ich weiß. Und, ich weiß. Wie. Und, ich weiß. Und, ich weiß. Vielen Dank. Ladies and Gentlemen, bevor ich mit der Preisverleihung beginne, lassen Sie mich Ihnen noch mal Dank sagen, dass Sie die Zeit gefunden haben, hierher zu kommen, um Dr. Olbert zu ehren. Ich weiß, wie schwierig das für Sie alle ist. Hast du schon was? Ja, wenn ich Kitzposition berechne und dann unsere, das ergibt dann... Das Convention Center. Er wird immer schneller, die Distanz ist nur noch gering. Er ist nicht aufzuhalten, Michael. Wir könnten die Leute evakuieren. Die Zeit reicht nicht. Komm, denk nach, Bonnie. Gibt's irgendeine Möglichkeit, an Kitz ranzukommen? Nicht, solange er auf Burriers Kommando hört. Wir müssen sein Gedächtniscomputermodul austauschen, dann hätten wir ihn wieder unter Kontrolle. Aber wie... Hol sofort so ein Modul. Schnell. Hey, komm, Michael. Du kannst Kitz nicht abfangen, ihn anhalten und dann das Modul auswechseln. Wir machen das während der Fahrt. Kannst du das Ding fahren? Das wirst du schon feststellen. Entferne das Modul aus Kitz Computerspeicher und ersetze es durch dieses hier. Aber sie können wir? Ja, wir können. Also gut, los geht's. Und für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht mit Dr. Olbers Arbeiten vertraut sind... Wenn das überhaupt menschenmöglich ist, würde ich gerne einige Momente aus seinem bewegten Leben herausgreifen. Eine seiner frühesten und herausragendsten Erfindungen war... Da vorne ist er, Michael. Ja, wir haben ihn gleich eingeholt. Jetzt halt die Maschine ruhig. Schon wieder dieser Neid. Kommandozentrale empfangsbereit. Angriffsprogramm auf Abfangen eines unmittelbaren Objektes ändern. Jetzt näher ran. Noch näher. Halt die Maschine ruhig. Gut so. Ja. 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 So behandelt man doch keinen alten Freund, Kumpel. Hallo, Kumpel. Ich bin nicht Ihr Kumpel. Ja, du sagst es. Du musst krank sein. Er will uns sabotieren. Ich fürchte, unser elektronisches Anti-Diebstahlsystem schmeckt ihm gar nicht. Ganz ruhig. Immer locker bleiben. Buddy, ich krieg hier dauernd einen Schlag von der Diebstahlvorrichtung. Die rote Sicherung am Kasten. Unterbrich einfach den Kontakt. Die ist draußen. Du machst es mir nicht leicht, Kit. Das ist doch nicht meine Absicht. Sie stören mich, wenn Sie da sitzen. Und wie es die Tradition vorschreibt, wird der diesjährige Foundation-Jahrespreis wie immer einem hervorragenden Mann überreicht werden, der während seiner ganzen Karriere den Prinzipien treu geblieben ist, die wir so schätzen. Bonnie, ich krieg das verdammte Modul da, nicht raus! Das ist wie ein Arzneimittelverschluss. Du musst ihn erst pressen und dann ganz nach links drehen. Auf maximale Geschwindigkeit beschleunigen. Und nun bereitet es mir ein großes Vergnügen, den Foundation-Jahrespreis einem Mann zu überreichen, der sein Leben... Ein Mann des Friedens. Wir haben nur noch Sekundenweikel, beeil dich! Warte! Kit! Halt an, Kit! Michael, wo sind Sie gewesen? Hallo, Devin! Willkommen, Kumpel, willkommen zu Hause! Was ist geschehen? Was mache ich hier? Ich hatte einen furchtbaren Traum. Keine Sorge, Kumpel. Der ist vorbei. Ich habe den Zugriff verloren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du hast versagt. Und mich freut das. Was war mit mir? Verabscheuen würdest du dich, Kit. Du hast mich angegriffen. Furchtbar. Unverzeihlich. Wie war das möglich? Marco Barrio. Den schnappen wir uns noch. Hey, RC, spring rein. Ich werde dich brauchen, Partner. Er kommt, Knight Rider. Ein How-To.